Liebe Freunde... Drecksau... Ich würde sagen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Habt ihr schon eine Folge davon aufgenommen eigentlich oder noch nicht? Ja, haben wir. Wir spielen Suchen, Finden, Töten. Ich darf die Affen jetzt natürlich suchen. Mal gucken, wo sie sich verstecken. Wer schießt denn hier? Giftig. Ja, ich muss grad was machen. Wenn nur grad nicht richtig funktionieren. Dürft ihr euch eigentlich bewegen, oder? Ja. Warum klappt denn das nicht? Immer diese Typen, die sich gegenüberlern. Die Frage ist nur, wie weit zählt Retail War? Nur Retail War ist schon einfach. Oh, dass ein... Das ist ein... äh... Sicher, dass du nicht in Paradise Pipes bist? Was ist denn Paradise... what the fuck? Die ist hier hoch aus? Bist du in der Wüste? Ja. Du bist in der Wüste. Ja. Ja. Ja, er ist in der Falsch. Sicher? Ja, er verarscht dich. Hoffe ich. Du bist gut drauf. Ich trau's ihm auch so, das ist das Traurige. Du Penner! Hat er ihn gefunden? Ja. Hat er ihn gefunden? Er hat Gifty gefunden. Komm raus da! Noch! Der Versteck war nicht so gut, Gifty. Ja ne, ich hab mich selbst verraten. Ja gut. Mit den Granaten und so. So, das heißt, Gifty ist jetzt auch Sucher? Nein, Gifty hat überlebt. Ich hab echt ne Arschkarte, wenn Gifty und André Sucher werden. Ja. Weil die wissen wo du bist. Also wobei es reicht, wenn ich Sucher werde. Gut, ich weiß auch wo Gifty ist. Ja, ist ja auch so schwer. Ja. Nee, nicht machen. Gifty, weißt du immer noch wo ich bin? Ja. Wenn du grad nen Dumphead benutzt hast, dann weiß ich's. Äh, Gifty ist in den Neuigkeiten. Er hat dich gefunden? Ja. Bist tot? Ja. Oh nein! Wo ist er denn? Ich geh nur stark ganz hier oben auf dem Turm. Welcher Turm denn? Hier oben. Okay. Nein! Oh, ich hab überlebt. Okay, ich flüchte dann mal. Sieht, komm mal raus auf die... genau da. Er ist der Rabo. Er ist der andere! Der andere! Nein! Warte, du hast am richtigen Geschoss. Nein! Erstmal andere töten. So, warte. Die ist das Team 1. Oh, ich hab mich versteckt. Neu. Vollkönig gestirbt. Nein, ich hab 100 Leben noch. Jetzt hau doch nicht ab! Das! Ich seh ihn! Ist ne ich! Er fliegt! Steve, guck bei mir! Da wo ich bin! Okay, ich folge dir! Steve denkt hat, wir dürfen alle Waffen nehmen, ja? Ja! Steve ist echt ein Idiot! Ja! Steve! Er ist hier oben! Du bist nicht besser, Kollege! Ich hab Gifty! Ah, er hat... äh... Gifty! Danke, dass du mich nicht gefolgt hast, André! Ja! Doch, was? Ich häng' fest! Gifty! Gifty ist hier in den Baum! Ah, ja, Steve hat mich getötet, ja! Glaube ich! Wer hat dich angehittet? Ich hab die ganze Zeit schon kein Leben mehr! Du hast bei mir noch mal Schild! Ja, ich hatte Schild. Aber kein Leben! Wo ist hier Gifty? Ich weiß nicht, woher er gesprungen ist. Gifty gerade nicht aufgepasst, der ist weggesprungen! Ich glaube er ist hier hingesprungen, ich weiß nicht- Wo er hin ist? Ich bin Steve, ich bin Steve, ja? Ja, wechselst du das Team. Das ist einfacher. Nee. Hat einer von euch meine Pump mitgenommen? Nö. Ja. Boah. Ich bin so froh, dass keiner ausgefasst hat, wohin ich geslogen bin. Wie lange haben wir eigentlich noch Zeit? Vier Minuten. Ah oh. Hier ist er! Wer den gefunden? Sieh. Er sitzt vor dem Baum. Hier in dem Baum. Da springt er! Er hat 48 Staten gerade gekriegt. Nein! Er hatte die neue Baum. Ich hab halt die neue Waffe gefunden. Was machen die Äpfel? Die geben dir Leben wieder. Jo, Steve hat gewonnen. Hat alle gefunden. Ja, das war nicht ganz so schnell. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Zeit angefangen hatte. 15. 51. 50. Ja. Aber gut, ich muss auch sagen, der Vorteil war, dass sie mich als erstes gefunden hat und ich wusste, wo Kimschke ist. Und denen nach Kimschke geflogen bin und verfolgt habe, wo du bist. Aber geil war ja, dass ich auf André geschossen habe. Ja. Ich hab halt überlegt, ob ich dir sage, verrat mich mal bitte nicht, war unfair. Okay. Das Problem ist, äh, für vieles, was ich halt gesehen habe, brauchst du ein Jetpack. Zum Beispiel dafür. Ja gut, ich würd sagen, dann pausieren wir die Aufnahme kurz und wir starten eine neue Runde, oder? Ja. Eine Runde reicht. Nee, Arschloch. Kann man die Aufnahme pausieren, oder muss ich das beenden? Okay, dann. Musst du beenden. Okay. Dann.